Applaus 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 Amen. 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 Mensch, noch nicht einpacken. Der Unterricht ist natürlich erst dabei, wie ich das hier sage, ne? Ach, wen haben wir denn da? Das ist aber nett, dass du uns auch noch hier mit deiner Anwesenheit beherrst. Okay, gut. Also, Leute. Wie war das denn mit dem Untergang vom römischen Reich und so? Ja, vielleicht hört man auch jemand anderes, nicht nur Charlotte. Alea, wie ist es mit dir? Du vielleicht? Komm, so spät ist es nicht. Äh, das ist untergegangen. Ja, gut, na, so genau wollte ich es jetzt nicht wissen. Also, Charlotte, dann seid doch so lieb. Zeug den Story. Wirklichkeit. 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 Alea. Bist du so lieb. Und putz du bitte die Tafel. Und Alexandra. Alexandra, bleibst du nur noch da. Komm. Komm her. Du, sag mal. Kannst du mir eigentlich mal erklären, warum du eigentlich ständig zu spät bist? Ich... Ich hab verschlafen. Und mir geht's einfach richtig scheiße, ja? Was? Ja, ja. Ist klar, ne? Ich hab ja auch oftmals keinen Bock hier morgens aufzustehen. Und bin trotzdem glücklich, mach meinen Scheiß hier und... Ich stelle mich da auch nicht, oder? Sie haben noch gar keine Ahnung, wie das ist. Seit zwei Jahren geht's mir einfach richtig scheiße und... Sie wissen noch nicht, wie das ist? Ja, ja, ne? Wenn du jetzt hier keinen Bock hast oder es dir ein bisschen schlecht geht oder so... Was hoffst du denn? Soll ich dir jetzt eine extra Wartung dafür geben, oder was? Wie stell's dir das vor? Ja, mit fünf ist das eine zwei, oder was? Nee, nee, so läuft das hier nicht, Freunde. Heute Mittag kannst du gleich mal nachsitzen für die Zeit, wie dein Ronco passt das. Ist das klar, ne? Denkation. Haha. Die Ausreden werden ja auch immer besser von den kleinen, frechen Kindern hier. Äh! Alea, was machst du denn noch hier? Ich hab die Habe gepotzt. Ja, ja, ja. Du willst auch nicht, oder was? Du kannst gleich heute Mittag mit zum Nachsitzen kommen. Ja. Ist klar, ne? Oh! Musik So, dann mache ich das nochmal hin. Ihr wisst ja, warum ihr hier seid, ihr beiden. Ich habe euch hier einen netten Arbeitswerfer mitgebracht. Und wer arbeitet hier, sag ich mal, bis 15.00 Uhr? Ja, ne? Bin gut. Und ich komme dann zwischendurch mal vorbei und dann will ich euch geschaffen sehen. Ist gut, ne? Sonst kommt ihr wollen mich nochmal. Habt ihr mich verstanden? Ja. Herr Bachwald, dürfte ich Sie noch kurz mit einer Frage belästigen? Arbeit. Arbeit, klar. Könnten Sie mir sagen, was in der nächsten Stunde das Thema ist, damit ich mich schon ein klein wenig darauf vorbereiten könnte? Ja, aber natürlich. In der nächsten Stunde, da werden wir uns mit den religiösen Strömungen im römischen Reich beschäftigen. Also, wenn du willst, kannst du ja da vielleicht auch schon mal ein Blick halten. Ja, vielen Dank, Herr Bachwald. Einen schönen Nachmittag noch. Ja, ja. Vielen Dank. Hi, Adria. Erinnerst du dich noch an mich? Ja, Charlotte. Ja, genau. Ach, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du irgendwas getan haben könntest, was dich in diese Situation gebracht haben könnte. Gab das eine Verwechslung mit Herrn Bachwald oder hat der dann bestimmt einen Fehler gemacht, oder? Früher, als wir so eng miteinander waren, da war es noch nicht so, dass du irgendwelche Sachen angestellt haben kannst. Tut mir leid, ich werde ganz nervös von dir. Also, ja, früher war es natürlich noch nicht so, als wir so eng gefreut waren. Ah, Charlotte. Ja, tut mir leid, tut mir leid. Ich vermisse das einfach nicht. Unsere Freundschaft ist an sich. Tut mir leid, ich wollte es dich nicht überfordern. Kein Problem. Ist in Ordnung. Alex, äh, ihr beide. Was haltet ihr von Herrn Bachwald? Ach, ich finde ihn total toll. Er ist so ein guter Lehrer. Er kann wirklich, wirklich gut erklären. Es ist immer so interessant, die Themen... Nein, ich bin Herr Bachwald richtig scheiße. Ich habe ihm vorhin erzählt, wie schlecht es mir geht und... Und er... Er zeigt überhaupt kein Verständnis. Ja, das habe ich mitbekommen. Also, ich habe euch nicht belaut. So war das nicht. Ich habe die Tafel gewischt. Ich habe nichts getan. Äh, aber ich habe das aufgehört und ich fand das auch total dagegen. Du hast mir so leid getan. Ja, aber irgendwo bin ich es auch gewohnt, dass Erwachsene einen nie ernst nehmen. Ich mag meine Eltern glauben mir, wenn ich ihnen sage, dass es mir schlecht geht. Es ist ja nur eine Ausrede für, keine Ahnung, meine schlechten Noten oder ich bin einfach nur faul. Das ist ja schrecklich. Ja, ja, das kann ich total gut nachvollziehen, wenn einer die Eltern nicht verstehen. Oh, du hast auch Probleme mit deinen Eltern? Das wusste ich gar nicht. Du hast doch so gute Noten. Ja, das war früher auch noch nicht ganz so schlimm, aber in letzter Zeit erwarten sie einfach sehr viel von mir. Und alles, was nicht perfekt ist, ist nicht gut genug und es ist einfach sehr anstrengend. Und außerdem... Ja. Egal. Ach, das klingt blöd. Ja. Alex, schon krass, dass deine Eltern nicht zu dir halten. Hast du überhaupt jemanden zu reden? Ich bin halt viel allein. Das muss ja nicht so bleiben. Also in Zukunft kannst du auch wirklich zu mir bleiben. Und... Ich bin gerne. Ich bin gerne. Ich bin gerne. Also... Also, ich bin gerne. Ich bin gerne. Hey. Das war's für heute. Ist das für Alexandra? Boah, die sieht schon aus wie ein Opfer. Die war heute in Bio schon widerlich da, obwohl sie einen Vorteil halten sollte. Ich wette, sie ist einfach nur zu dumm und kommt deswegen nicht in einen Unterricht. Ich mein, der ist so blöd, du bist Nina im Unterricht. Sollte ich versinnen? Ja, eine Geschichte, aber dann halt auch schon wieder zu spät. Hey Alexandra! Ja? Verstehst du eigentlich immer, oder warum kommst du immer zu spät? Was? Boah! So ein Gedanke! Das ist ein Problem! Der auf dem Gesicht ist... Das ist doch schon alles! Ja! 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 limp drauf! Ja! 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 Den partiliert! Leg sie einfach leise durch. Ähm, hey, sag mal, du weißt schon, dass Alea und ich uns ziemlich nahe stehen, oder? Also, wir sind, seit wir Kinder sind total eng gefreut und wir sind uns einfach sehr wichtig. Ja, äh, was für euch so nahe steht, das hat man gestern auf jeden Fall gemerkt. Was? Nur weil wir nicht offen miteinander flirten, heißt das noch lange nicht, dass wir keine Gefühle füreinander haben, ey. Äh, was genau willst du damit jetzt anleiten? Ich liebe Alea. Seit ich sechs Jahre alt bin, versuche ich darauf hinzuarbeiten, dass sie endlich realisiert, dass auch sie mich liebt. Also, versuch mir das ja nicht kaputt zu machen, okay? Nur weil du irgendeinen einseitigen, vergänglichen Crush hast. Äh, ich weiß jetzt nicht genau, was du damit meinst. Wieso? Was? Ich, ich, auch, das hat nichts mit deinen, mit deinen Drohungen zu tun oder deinen Liebesverkenntnissen, aber, ich meine, selbst wenn Alea was, was von mir wollte, ich könnte jetzt gerade keine Beziehung mit dir anfangen. Aber wieso nicht? Ich, ich bin viel zu sehr mit mir selbst beschäftigt und, und ich kann Alea nicht das bieten, was, was sie verdient. Ja, sie würde sowieso nichts mit dir anfangen, da sie mich mag. Aber, naja. Du meintest neulich, dass du Probleme hast, dass deine Eltern dir nicht glauben mit deinen Depressionen. Mir ging das ganz ähnlich, als ich mich bei meinen Eltern geoutet habe, als lesbisch. Da wollten sie das nicht akzeptieren und jetzt denken sie, dass es eine Phase ist. Das tut mir wirklich leid für dich. Ich verstehe auch überhaupt nicht, warum manche Leute denken, sie wüssten besser als die Person selbst, was in dir in den Köpfen vorgeht. Ja, also, hast du auch Erfahrung damit? Ja, das Ganze ist ungefähr so. Ich bin Alex, einfach Alex, mal er, mal sie. Doch Eltern und Freunde verstehen mich nie, ich bin nicht unverstanden. Bin allein, an der Welt, wie mich nicht lässt sein. Ich kämpfe weiter, jeden Tag, bin mutig, da bin wohl mich keiner mag. Denn doch nur ich bin stolz aufrecht, kriegt man denn nicht, man hat mich zu viel. Ich will zeigen, wie ich wirklich bin. Es ist nicht kompliziert, es macht alles Sinn. Nur weil ihr findet, dass ich anders bin als der Rest, will ich nicht, dass ihr mich weiterhin schubeln anlässt. Ich kämpfe weiter, jeden Tag, bin mutig, da bin wohl mich keiner mag. Wenn auch nur ich bin stolz auf mich, man hat mich, man hat mich zu viel. Ich kämpfe weiter, jeden Tag, bin mutig, da bin wohl mich keiner mag. Wenn auch nur ich bin stolz auf mich, man hat mich, man hat mich zu viel. Okay, krass. Ja, ich, ich, mein, mir geht's ja eigentlich ganz ähnlich. Ich hab nicht erwartet, dass die Eltern, die Reaktion meiner Eltern, als das positiv sein würde, aber sie hätten es wenigstens irgendwie akzeptieren können. Klar, ich, ich hab zumindest meine beiden kleinen Kusinen. Ich weiß, sie merken, sie verstehen nicht wirklich, was los ist, aber, aber ich spüre einfach, sie halten zu mir. In meiner großen Schwester ist es leider anders, das Verhältnis ist nicht allzu gut. Naja, immerhin hast du deine Cousinen. Ich wünsche dir jetzt wenigstens eine Person in meiner Familie, die mich so annimmt, wie ich bin. Oh, naja, ich glaub, ich muss dann jetzt auch mal. Französisch geht ja gleich los, wenn ich zu spät komme. Also, tschüss. Tschüss. Hi, Alex. Oh, hi. Hi, wie geht's dir? Ja, ganz okay. Mir geht's auch ganz okay. Ja. Kann ich dir was erzählen? Klar. Okay. Also, das ist ein bisschen schwierig. In letzter Zeit ist mir klargeworden, dass ich anders bin. Äh, als angenommen. Anders. Äh, als die anderen. Und ich dachte. Ja, und was ist eigentlich überhaupt los? Ja, und was ist eigentlich überhaupt los? Einfach der perfekte Partner für mich und ich kann gar nicht verstehen, wie die Person auch noch Single sein kann, wenn sie Single ist. Ich meine, ich hoffe, ich hoffe, sie ist Single. Also, dass du die Person sehr magst, ey. Habe ich gemerkt, aber ob sie Single ist? Äh, das weiß ich nicht. Hä? Äh, egal. Gibt genug von mir. Warum bist du hier? Äh, ja, ich hab einfach mal ne Pause gebraucht. Auf ne Pause von Schule und ne Pause von mir. Ja, wenn du, wenn du darüber reden möchtest, dann bin ich gerne da. Für dich bin ich sogar sehr gerne da. Ja, es wäre wirklich schön, wenn ich jemanden hätte, mit dem ich reden könnte. Ich hör dir gerne zu. Ähm, wie, wie ist das denn so mit Depressionen und so? Es, es ist wie ein, ein täglicher Kampf, Kampf gegen sich selbst und, und die eigenen Gefühle und, und Gedanken und, und um die Kontrolle über mein eigenes Leben. Es ist, es ist, als wäre ich in einem tiefen Doppelloch gefahren und, und es gibt keinen Weg wieder raus und, und manchmal, manchmal denke ich, ja, es wird, es wird besser und, und im nächsten Moment bin ich genau da, wo ich vorher auch wieder baue. Aber es ist, es ist noch schlimmer. Oh nein, das klingt sehr, sehr schwer. Ja, und, und, und auch Leute wie die im Oberstufenraum, meine ich, auf die kann ich auch wirklich verzichten. Ich meine, ganz ehrlich, wer keine Ahnung hat, wie das ist, der soll einfach mal in den Kopf halten. Ja, das, das, das fand ich auch, ich, ich fand auch, ich fand das wirklich ne blöde Situation und ich hätte auch gerne was gesagt. Ich weiß, das wusste nur nicht was und, und es tut mir richtig leid. Das ist wirklich. Das ist, ähm. Okay, also, als Therapeutin kann ich dir nicht ersetzen. Aber, wenn du jemanden brauchst, wenn du mich brauchst, dann bin ich sehr gerne für dich da, das verspreche ich dir. Danke, das, das bedeutet mir wirklich viel, aber ich, ich glaube, wir sollten wieder zurück zur Schule, du willst doch bestimmt kein Unterricht noch passen. Äh, ja, ja, wenn's für dich passt. Ja, ähm. Ja, und wenn's für Sie passt, dann machen wir jetzt 15 Minuten Pause und Sie können sich dort durchfroyieren für den zweiten Teil stärken. und ich complimentiere Sie sich jetzt eines auch nicht. ных Moment sind nun auch nicht. Musik 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 Mit welchen angenehmen Aktivitäten habt ihr den Tag heute verbracht, meine Liebsten? Tatsächlich war mein Tag sehr angenehm. Wie war Leiterablieb zu Top-Daten? Der Bio-Unterricht war heute höchst informativ. Wir haben mit einer Neurosur und Sedimentationspro-Effizienten gesprochen. Wir haben auf den Französisch-Test zurückbekommen. Da habe ich natürlich 15 Punkte. Hast du auch die Vollkundenzahlen? Ich habe 29 von 30 verrechnen. So, so. Hast du denn jetzt schon ein interessanter Moment hingelernt? Nein, Mutter. Dafür aber eine höchstinteressante junge Dame. Schau mir, was du meiner Mutter angetan hast! Du bist nicht selbst leid. Unmute diese Familie mit einer Form. Das ist keine Phase. Vielen Dank fürs Kuchen. Bitte sehr, Herr Kahn. Gerne. Und, Alia, wie war dein Tag heute? Was hast du heute erlebt? Ich werde Chemie zurückbekommen. Was ist denn so schlecht? Zehn Punkte. Also, Alia, das ist doch gar nicht schlecht. Ja, natürlich ist es nicht schlecht, aber es ist halt auch nicht sonderlich gut. Und ich wäre gerne mal sehr gut. Ich habe mich wirklich angestrengt, aber ich war irgendwie nicht außergewöhnlich. Und wie immer, einfach nur normal gedacht. Nie die beste in der Klasse. Treue Teile mit Geschichte. Zwei bis vier durchlaufen. Zwei bis vier durchlaufen. Aber sehr gut building. Aber sehr gut bin ich nicht. Und das ist alles voller Mann. Das ist für mich so vollgeklebt. Lacht mein Leben so normales? Warum tut es dann so weh, es zieht mich weg von hier, weg von mir Was hält mich hier, es ist nichts Perfektes hier, versteckt es hier, was ist los mit mir Wieso bin ich die Idee, die am weitesten schlägt Mit Träumen und Zielen, ein Tränen im Herzen, so bin ich nie die Idee, die am lautesten sind Keine Preise, die gewonnen Nein, ich war nur mit dabei Statt die Hauptrolle zu spielen Bin ich Schäfchen Nummer drei Es geht dann darin viel schlimmer Warum kann ich nicht glücklich sein Wenn ich umgeben bin von Menschen Warum fühl ich mich so allein Wieso bin ich die Idee, die am weitesten springt Mit Träumen und Zielen, ein Rennen im Herzen, so bin ich die Idee, die am lautesten singt Ist es zu viel verlassen? Nein, ich will nur einmal die Beste sein Ist es zu viel verlassen? Nein, ich will nur etwas Besonderes sein Und ich will schon wieder hier Warum bin ich schon wieder hier? Wieso kann ich nicht mehr sein, als das verdammte Schäfchen Nummer drei ALEA ALEA Für mich ist genug, so wie du bist Und du kannst alles lernen, dir mal weiß, was du willst Was ist lieb? Du musst nur dran glauben Du bist nicht die Idee Nein, ich will nur was Was ist die Idee Ich habe euch lieb Was ist die Idee Es geht auf Ja, ich glaube Oh, das ist aber gesalzen. Was soll ich das denn bitte machen? Irgendwer muss doch das Geld nach Hause bringen. Ich gehe dann auch mal lernen. Ich habe noch ein paar Euro. Ja, ich gehe nicht noch, Schatz. Ich bin schließlich der Einzige, der irgendwas auf die Reihe kriegt. Ja, natürlich muss auch genau jetzt gehen, ja? Ich gehe auch. Wieso musst du sowas immer vor den Kindern ansprechen? Wieso kannst du immer noch nicht gescheit kochen? Wie heißt es, entweder Salz oder Pär oder Koriander. Ich mag nicht einmal Koriander. Das ist doch überhaupt nicht wichtig. Mir ist es wichtig. Du weißt nicht einmal, was ich gerne esse, was nicht ist. Egal, es ist geschehen. Das stimmt doch gar nicht. Alexander mag Koriander und ich dachte, sie würde dich freuen. Ich bin deine Frau. Und das sind deine Kinder, die du nie siehst, weil du immer so lange auf der scheiß Arbeit bist. Du vernachlässigst die andauernd. Ich tue alles. Alles wäre mit deinem scheiß verteilten Job überhaupt gar nicht möglich. Wieso musstest du überhaupt Autor werden? Das ist doch entwärmlich. Warum sagst du sowas? Ja, geht nur. Lauf nur wieder weg. So, wie es mir meint, ist immer die leichtesten Weg wäre, du scheiß Schwächling. Verdammt. Mann, was ist das für eine Familie? 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 Amen. Ja? Hi, Alea. Hallo, Charlotte. Ich habe nicht erwartet, dass du anrufst. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass der Anruf jetzt vielleicht ein bisschen plötzlich kommt, aber... Ich wollte dir einfach was sagen. Nach dem Nachsitzen neulich, da musste ich so oft an die alte Zeit zurückdenken, in der wir noch so gut befreundet waren. Und ja, ich hab das einfach irgendwie vermisst. Okay, ja. Warum kommt das gerade jetzt? Naja, ich dachte, dass wir vielleicht einfach mal wieder was zusammen unternehmen könnten. Okay. Ich dachte, wir könnten vielleicht essen gehen in einem schönen Restaurant. Das würde bestimmt sehr, sehr toll werden. Ja, weißt du, ich weiß nicht. Ich meine, so ein Restaurant ist ein bisschen zu förmlich. Aber wenn du unbedingt möchtest, dann lass uns doch einfach im Park treffen. Das ist auch schön. Ja, klar. Solange du dabei bist, das ist das Wichtigste. Hast du am Samstag Zeit? Moment, ich schau noch. Ja, Samstag hab ich Zeit für dich. Perfekt. Dann bis Samstag. Alles klar. Tschüss. Okay. Okay. Hi. Hi, Alia. Schön, dass du da bist. Ich hab schon auf dich gewartet. Ah, cool. Wie geht's dir? Ach, naja, nicht so gut. Im Französisch-Test hat mir ein Verrechnungspunkt gefehlt. Ja, meine Eltern waren deswegen sehr, sehr auf mich. Ja, komm, das ist ja immer noch sehr, sehr gut. Ich würde mich freuen, wenn ich mal nur gut wäre wie du. Wieso? Was hast du denn? Stehen. Oh, und damit sind deine Eltern nicht zufrieden. Doch, denen ist das total egal. Ich bin damit nicht zufrieden. Ich wäre halt mal gerne wirklich außergewöhnlich gut und nicht immer nur der Durchschnitt. Egal. Warum? Gibt's mir bestimmt einen Grund, warum du dich treffen wartest? Nein, ich wollte dich einfach nur mal wieder sehen. Brauch ich denn einen Grund? Nein, natürlich nicht. Das ist gut. Ich habe Picknick dabei. Ah, wow. Oh, krass. Krass. Ja, danke. Danke. Cool. Weißt du, was ich mich schon seit längerer Zeit fragen wollte? Du kennst doch Alex. Ja. Wieso? Also ihr habt bestimmt schon ein paar Mal miteinander geredet. Okay, wie lange ist das jetzt? Alex? Alex? Ich glaube, ich bin verliebt. Was? Und wir haben da noch nicht drüber gesprochen. Also, die Antwort war ein bisschen vage, aber ich habe, glaube ich, trotzdem gute Chancen. Deswegen wollte ich fragen, weißt du vielleicht was genaueres? Nein, also, als wir geredet haben, hat Alex nichts erwähnt. Sicher? Also habt ihr genau über das Thema gesprochen oder habt ihr nur so generell so geredet? Doch, doch. Wir haben schon über das Thema gesprochen, aber Alex meinte, sie steht im Moment auf niemanden. Oh. Oh, das... Okay, danke. Naja, egal. Ich... Äh, wo ist jetzt auch wieder drin? Ach, schon? Äh, okay. Ja, gut, ja. Tschüss. Tschüss, als wir uns ja noch mal treffen. Klar. Tschüss. Wie sehr kann ein Mensch lieben? Wie weh kann es dir tun? Wie sehr möchtest du siegen? Was würdest du tun? Ich sehe dich lachen, du lachst nicht für mich. Du kannst Feuer entwachen, ich brenne für dich. Wie ein Liebesgedicht, nicht an mich adressiert, wie der letzte Strahllicht, sich im Dunkeln verlegt. Wenn ich dir sagen würde, was ich wirklich fühle, wärst du trotzdem noch bei dir. Es ist total egal, ich bin die zweite Wahl, doch du gehörst zu mir. Ist das zu viel verlangt? Ich will nur, dass du mich liebst. Ist das zu viel verlangt? Sie hält deine Hand, meine bald sich zur Faust. Wann hast du es erkannt, dass du sie gar nicht brauchst? Und die Eifersucht brennt sich ein Loch in mein Herz. Dieser kurze Moment wird zum endlosen Schmerz. Wenn ich dir sagen würde, was ich wirklich fühle, wärst du trotzdem noch bei dir. Es ist total egal, ich bin die zweite Wahl, doch du gehörst zu mir. Ist das zu viel verlangt? Ich will doch nur, dass du mich liebst. Ich werde dir den Verstand. Ich werde dir den Verstand. Doch hilf mir hier raus, ich kann nicht mehr sehen. Die Lichter sind aus, versuch zu verstehen. Ich tue das alles nur für dich. Was ich auch tue, es ist für dich. In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt, du verlierst, oder du siehst. Diese Liebe ist ein Krieg, es ist alles erlaubt. Und dir hat er sieh, wenn du dich nur traust. Diese Liebe ist ein Krieg, es ist alles erlaubt. Und mir gehört der Sieg, wenn ich dich nur trau. Ist das zu viel verlangt? Ich tue das alles nur für dich. Ich verliere den Verstand. Was ich auch tue, es ist für dich. Wie sehr kann ein Mensch lieben? Wie weh kann es dir tun? Wie sehr möchtest du siegen? Was würdest du tun? Was würdest du tun? Was würdest du tun? Es ist nur eine Frage der Zeit. Wann starten wir uns? Bitte. Wie gewinnen. Was ist passiert? Sieht sich nicht mehr los. Sieht sich nicht mehr los. Abstand! Polizei! Polizei! Reinigung! Reinigung! Abstand! Sieht sich nicht mehr los. Polizei! Polizei! Ihr habt euch nicht mehr los. Nein! Was ist mit? 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 Ich kann dich nicht mehr hören. Gerade warst du doch noch da, du warst da, bist du immer noch da. Was ist mit? 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 Das war's für heute. Vielen Dank. Bitte, setzen Sie sich doch. Vielen Dank. Hallo, Herr Bachballe, oder darf ich dich doch einfach Hansi Achen nennen? Also, ich bin der Martin. Ja, hallo. Ich nehme mal an, dass das Teil einer ganz normalen Befragung ist. Aber nicht doch. Bei dir mache ich eine Ausnahme. Also, wie ich mitbekommen habe, warst du Alexandras Klassenlehrer. Stimmt das? Ja, ja, das ist richtig. Ich helfe natürlich gerne, wo ich kann. Erzähl doch einfach mal, was war Alexander für eine Schülerin? Wie war sie drauf? Ja, gut, also, Alexander, sie war eine besondere Schülerin, ne? Also, sagen wir mal, in dem Sinne, wissen Sie, dass sie, sie war selben da. Und wenn sie dann da war, dann hat sie sich mit ihren Kopfhörern da immer in die letzte Reihe gesetzt und hat überhaupt gar nicht aufgepasst. Und klar, sie hat die einfach hauptsächlich ignoriert. Wäre so eine Schülerin halt. Hm, klar. Das ist sehr interessant, Hans. Weil so ein Tod geht man oft bei einem Suizid aus, welcher oft depressive Gedanken, wo depressive Gedanken im Spiel sind. Kann man vielleicht sagen, dass Alexandra Depressiv behauptet? Äh, äh, ja, also, können Sie das jetzt so sagen? Wissen Sie, äh, Sie haben sich ja mal was erwähnt. Äh, ich hab das natürlich nur als Ausrede genommen und so und hab gedacht, ja, benutzt du das jetzt so, um hier rauszukommen? Aber vielleicht, vielleicht war das ja gar keine Ausrede. Hans, fällt dir noch irgendwas ein, was auf einen Suizid hinweisen würde? Nein. Ich glaube, das war's. Dann vielen Dank für das Gespräch. Äh, ja, bitte. Darf ich, darf ich noch auf meinen Verdauungskaffee einladen? Was? Hä? Äh, nein, also, äh, Entschuldigung. Das ist irgendwie gar nicht. Also, äh, wissen Sie, meine Schüler, die sind ja auch alle durcheinander und so. Also, äh, nein, auf Wiedersehen, ne? Also, äh, nein, auf Wiedersehen, ne? Also, gut, das ist natürlich schade. Hier, ich geb dir noch meine Nummer. Wenn dir noch was einfällt, ich würd mich sehr freuen, wenn du mich meldest. Ja, ja, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Was war das denn? Was war das denn? Mhm. Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Nichts? Nein, ich scrape her, also. Immer. Musik. Mann, ich an Sheil pas'm ま 새h, schon mal. Das war's. Guten Morgen Schatz, guten Morgen Schatz. Hast du gut geklappt? Das geht. Oh, warte. Ist das nicht Essakzee Mama? Der war doch auf unserer Schule. Welcher, genau? Hier der. Ah, der hat immer einen Matten gegen die Hand. Ja, der ist alt geworden. Nehme ich auch. Oh, hier steht, er hat ein Buch veröffentlicht. Auch? Aha. Morgen in Berthas Buchladen ist Autogrammstunde. Willst du da hin gehen? Da ist doch nichts, was du fährst, oder? Vielleicht ist es nicht die Gmiestunde. Also, hier ist die Autogrammstunde. Cool. Also gehst du hin, oder nicht? Ja, ja, wenn ich Zeit verwerbe. Schau. Gmiestunde. Gmiestunde. Hallo, Esther. Ich habe uns ja wirklich lange nicht mehr gesehen. Oh, hey. Schön, dich zu sehen. Hi. Ich wusste gar nicht, dass du Autor werden möchtest. Das habe ich erst heute Morgen erfahren, als ich mir die Zeitung vorbildet habe. Oh, habt ihr da noch Kontakt zueinander? Ja, wir haben vor ein paar Jahren geheiratet. Und das hast du trotzdem gemacht? Trotzdem? Warum? Was? Ja, ich würde mich gerne noch länger mit dir unterhalten. Aber wie Lucie sieht, ich lange bin ja leider einfach zu lange. Oh, okay. Ja. 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 Musik Mein ganzes Leben lang war ich immer dieser leise Schüler hinten in der Ecke. Den niemand bemerkt hat, ja, das Ganze klingt jetzt vielleicht wahnsinnig traurig, aber ich traue eure Mitleiden nicht. Ich hatte viel Zeit, mich meinen ganzen Projekten zu widmen. So blieb ich auch der Junge ganz allein in der Ecke. Niemand sah mich, aber ich sah euch alle. Ich war praktisch unsichtbar und was Menschen sich erzählen, wenn sie vermeintlich ungestört sind, ist interessant. Menschen, die sich unbeobachtet fühlen, sind ehrlich. Ja, sie sind grausam. Ich bin nicht der Protagonist dieser Geschichte. Ich bin der Junge hinten, alleine, in der Ecke. Ich bin der Autor. Ich bin euer allwesender Erzähler. Und der Geschichte, die ich euch heute erzählen werde, handelt von Alea, Alex und Charlotte. Ich sah, wie Alea und Alex sich näher kamen. Charlotte wahnhafter und obsessiver wurde. Alex immer depressiver und immer kranker wurde. Alex und Alea sich anfreudeten. Alea sich endlich ihr Gefühler für Alex klar wurde. Wie Charlotte sich auch drüber klar wurde, was Alea für Alex fühlte. Wie Charlotte immer eifersüchtiger wurde. Und wie Charlotte letzten Endes die Kontrolle verlor. Schon als kleiner Junge haben mich die ganzen Sternbilder fasziniert und angezogen. Und schnell war ich der Astrologie verfallen. Für mein ganz privates Projekt stellte ich, ich hatte natürlich die Erlaubnis der Schulleitung, meine Kamera auf, um den Himmel zu beobachten und analysieren zu können. Abgesehen von den Sternbildern natürlich sah ich kiffende Zehnklässlern, dem Alkoholismus verfallenen Chemielehrer, der nicht nur dem Alkohol, sondern auch anderen, nun ja, Chemikalien verfallen war, die hier nicht alle aufsehen werden. Ja, ich habe einiges gesehen, davor manches schockierender als anderes. Ich könnte viele Geschichten erzählen. Heute erzähle ich euch eine davon. Es ist die Geschichte von drei Individuen. Von Liebe, von Hass, Eifersucht, Freundschaft, Kummer, Neid und Leid. Wir schreiben den 12. März 2023. Alex, jemand mit nun ja, ein Problem ist auf dem Dach. Sie braucht eigentlich einfach Zeit für sich. Muss kurz durchatmen. Eigentlich muss der jetzt nur zu Hause machen. Sich erholen von ihm, von allem. Nun, diese Pause wird sie nie machen können. Charlotte, ein Mädchen mit nun ja, ebenfalls einigen Problemen. Und wie soll ich sagen, leidenschaftliche Eifersucht. Allein, könnte man sagen, ganz normales, durchsprichtliches Mädchen. Nein, ganz sicher nicht. Nun ja, das ist ein Mädchen mit einigen Problemen. Am 12. März spitzten sich die Dinge zu. Alex und Charlotte befinden sich auf dem Schuldach. 13. März, Alex liegt tot am Boden. Selbstmord, sagt man. 11. März, vor der Hitze meiner Kamera, stehen Charlotte und Alex. Sie unterhalten sich. Zuerst ganz normal. Oder nicht normal? Irgendwas stimmt nicht. Die Unterhaltung wird hitziger. Charlotte trinkt Alex ans Geländer. Selbst in der Dunkelheit sieht man den Hass in Charlottes Gesicht. Ganz klar. Ein Schritt weiter. Ein Schritt näher. Ein letzter Schritt und... Jetzt ist alles vorbei. Hi Schatz, ich bin wieder zu Hause. Ach, gar wieder Praxis. Das war schon wieder so anstrengend heute. Irgendeine Mutter, die dachte, dass sie so nicht... Was ist los? Stimmt das? Was? Stimmt das, was da drin steht? Was steht da drin? Rotte? Sag einer, dass es nicht stimmt. Bist du verantwortlich für Alex' Tod? Was? Aleja, ich... Was? Ich kann das erklären, Aleja. Was? Was? Ist das dein Ernst? Aleja, ich habe... Aleja, Aleja, bitte. Ich habe zu, okay? Du hast Alek aufgewacht! Spinnst du denn? Du hast Alek für uns getan. Für uns? Ja, für mich. Du hast die einzige Person getrennt, die ich jene in meinem Leben geliebt habe. Was? Was ist denn mit uns noch neu ankommen? Ich hab mich nicht angeschaut. Ich hab mich nicht wieder gelegt. Ich hab's nicht wieder gelegt. Ich hab's nicht wieder gelegt. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Lass mich alleine, Alek. Alek. Nein, 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 nein. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie auch noch heute. Ich hab's nicht mehr gelegt. Ich hab's nicht mehr gelegt. Ich hab's nicht mehr gelegt. Ich hab' nicht mehr ge islandet. Excuse me, Crazy. Danke. talkin' Vielen Dank. Applaus Das war unser Stück, hochstückhaft. Sie können sich am Ende selber ausdenken. Schön, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Es ist eine sehr große Freude, dass es auf so viel Resonanz gestoßen hat, dass eigentlich nur ein wirklich kleines Unterrichtsprojekt sein sollte, ist doch am Ende relativ groß geworden. Und wir sind total nervig, dass wir es bis zu diesem Punkt geschafft haben, dass es tatsächlich auf die Bühne kommen konnte, was die Ideen von all diesen wunderbaren jungen Menschen waren. Ich möchte... Applaus Ich freue mich heute Abend besonders über einen Menschen, der früher auch mal in der Position hier war, Frau Noack. Als ehemalige Schülerin des Tatten ist es mir eine besondere Freude, Sie heute Abend zu begrüßen, weil Sie haben uns ein Geschenk gemacht. Sie haben nämlich einen Flügel als Dauerleihgabe uns an die Schule gestiftet, der heute Abend eingeweiht wurde. Vor zwei Wochen kam er an und wurde jetzt direkt, hat er seine Feuertaufe bestanden. Der hat schon 100 Jahre auf dem Buckel, der wird hier lange Zeit seine guten Dienste im Tatten leisten. Und wir sind Ihnen so dankbar, weil Sie etwas getan haben, was Herzensmenschen tun, nämlich Menschen, die einer Sache, einer Institution verbunden sind, über viele, viele Jahre hinweg. Und dafür danken wir Ihnen ganz herzlich und ich würde mir ja wünschen, dass wenn ihr mal in 50 Jahren zurückdenkt zu der Zeit... Punkt, Punkt. Applaus Ja, und jetzt, ähm, jetzt hat man mir vorhin gesagt, ich soll noch irgendwas sagen, ne? Also, zu allererst einmal auch von meiner Seite und von unseren Schülern nochmal vielen Dank an Sie alle, dass Sie gekommen sind, an Ihre Familien und so. Und wir wollen uns aber auch ganz, ganz herzlich bei Tara bedanken. Tara ist eigentlich nicht in unserem Bus, hat sich aber trotzdem das ganze Wochenende mit uns hier hingestellt, hier auf Freizeit geopft und die ganze Technik hier gebucht und dafür, glaube ich, wir können mal allein in diesem Ausland... Applaus 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 Und dann... Dankeschön. Und dann wollen wir uns natürlich auch noch bereits an unserem Helferlein, Runden beim Verkauf bedanken, die das auch alle schön organisiert haben, beteiligt haben und Buchen backen haben und vielleicht auch noch gerade einen kleinen Dank. Applaus 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 können und es im Herzen halten können. Ich hoffe, vielen Dank. Ja, und jetzt bleibt mir nichts weiter zu sagen. Ganz vielen schönen Abend wünschen und wenn Sie noch Lust haben, ich weiß nicht, ob wir noch was gefunden haben, was es noch zu verspeisen gibt, dann können Sie da gerne zuschlagen. Da steht auch eine kleine Kasse, wo wir uns überspenden, für unseren Abi-Weinfreund und in dem Sinne einen schönen Abend. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.